Moin und herzlich willkommen zur 842. Rohstofftagesausgabe der Formationsdata am Donnerstag, dem 11. September 2014. Sie merken, ich bin heute wacher als gestern. Mann, war ich gestern müde. Der Blick auf die Rohstoffliste. Man muss sagen, die Rohstoffe nach wie vor mit einer Grünallergie, nur offensichtlich gut mit Antihistamineinnahme, der versucht hier den Tag im Grünen zu beenden mit plus 0,17%. Ansonsten eine ganze Menge Rot. Kupfer minus 0,5. Platin und Palladium mit minus 0,6 bis 0,7%. Gold minus 0,8%. Und dann Silber wird schon leicht zackertumig mit minus 1,7%. Und Gas minus 3,2%. Was haben wir vorgestern gesagt? Egal, was der an bullischer Bewegung macht, der kommt nochmal bärisch zurück. Bevor wir hier gemeinsam auf Gold schauen, Sportnachricht des Tages. Nikolas Anelka. Kennt noch jemand Nikolas Anelka? Seines Zeichen Golden Boot Gewinner in der Premier League. Ich glaube im Jahr 2010 hat ja für Chelsea gespielt. Wechselt zu den Citizen. Habe ich gelesen. Dachte ich, was? Der geht zu Manchester City? Das kann ja nicht sein. Kann auch nicht sein. Der geht zu den Citizen aus Mumbai. Citizen Football Club Mumbai. Da wechselt offensichtlich Anelka hin. Immerhin Champions League Sieger, Pokalsieger, Englischer Meister, Europameister war der glaube ich auch und geht jetzt nach Mumbai. Vorgestern hatten wir Webinar. Habe ich eine sehr, sehr schöne Frage bekommen zum Thema Trading. Hat mich gefragt jemand, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Offenbacher Kickers deutscher Meister werden in den nächsten zehn Jahren? Fand ich großartig. Konnte ich zwar nicht beantworten, aber das war mal eine vernünftige Frage in unserem Webinar. Wenn Sie im Übrigen jetzt total genervt reagieren und sagen, Mann dieses blöde Sportgequatsche, der soll mir sagen, was mit Gold und Silber ist. Wenn Sie gereizt reagieren, dann ist Ihre Positionsgröße zu groß. Und wenn Ihre Positionsgröße zu groß ist, dann machen Sie es immer falsch. Weil Sie dann emotional reagieren. Weil Sie dann zu nah dran sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie Abstand vom Markt haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn man was gewinnt, dass man was Kleines gewinnt und dann auch die Möglichkeit hat, die Fertigkeit hat, das einfach mal weiterlaufen zu lassen. Wie wir es zum Beispiel bei Aurobis machen. Wir haben ja hier diesen Markt gekauft. Nachdem eine kleine bullische Keilformation bullisch aufgelöst worden war, haben wir gesagt, kein Setup. Kamen ja auch gerade Quartalsergebnisse. Können wir nicht traden. Kommt sehr stark zurück. Kommt nochmal zurück. Und dann haben wir gesagt, okay, das sieht interessant aus. Linie, gleitende Durchschnitte, mit Volumen durchgegangen. Okay, macht zwar ein bisschen das tiefere Tief, aber dann kommt diese bullische Bewegung. Heute haben wir, ich will nichts Falsches sagen, warten Sie. Das sind 4,7% auf der bullischen Seite realisiert. Und ich glaube, Achtung, ich glaube, dass der Markt es nicht schafft, durch diese Widerstandszone durchzugehen. Große, lange bestehende, trendbegrenzende Linie. Dazu auch noch knapp drüber. Eine horizontale Marke, die war lange Zeit Unterstützung. Kommt aus dem Jahr 2013. Oktober Unterstützung, Unterstützung, Widerstand, Widerstand, potenzieller Widerstand. Ich glaube nicht, dass er da durchgeht. Aber wer bin ich denn? Das, was ich weiß ist, wenn der da durchgeht und wenn der hier weiterläuft und wenn das Ding hier möglicherweise, ich sage nicht, dass es passiert, ich glaube sogar, es passiert nicht, aber stellen Sie sich vor, der macht 15%. Das ist dann wieder eine Performance, die für zwei Monate ausreicht. Und deswegen lassen wir die zweite Hälfte laufen und passen einfach unser Stop-Loss an. Denn wenn wir das machen, geben wir vielleicht am morgigen Tag 1,5% nochmal ab oder 1,7%, was wir hätten realisieren können. Aber wir geben uns die Chance, ohne Risiko deutlich mehr Gewinne zu haben. Und wenn du das immer wieder machst, dann geht da einmal nicht durch, zweimal nicht durch, dreimal nicht durch. Aber wenn das vierte Mal durchgeht, dann lohnt sich das für die anderen drei Male gleich mit. Systematisch musst du traden, damit du erfolgreich bist. Systematisch traden geht nur, wenn du ein System hast. Ansonsten kann man nicht systematisch traden, ansonsten tradet man immer seine Meinung. Wenn wir in dem Zusammenhang auf Gold schauen, will ich Ihnen nochmal zeigen. Wir hatten gesagt, der Markt ist durch eine horizontale Unterstützung, ist mit einer V-Formation zurückgekommen, hat kaum Bounce gemacht. Und mit unglaublich viel Volumen ist es gekauft worden. Ich zeige es Ihnen nochmal, mit wie viel Volumen das gekauft worden war. Moment. Man erahnt es, glaube ich, hier. Ach, das geht ja wieder ganz, ganz flott heute. So, sehen Sie das Volumen? Und wenn es dann auch noch einen Anschluss gibt danach, der Markt sogar noch so das leicht Höhere hoch macht, dann ist das in der Regel ein umso bullischeres Zeichen. Und deswegen hatten wir die ganze Zeit gesagt, okay, Gold kommt zwar zurück und zurück, aber solange der diese Volumenkerze hält, solange der die 61,8% Marke dieser Bewegung hält, solange der diese aufsteigende Trendlinie hält und diese horizontale Marke, Sie erinnern sich, dass zwar der Beginn halten kann, ist das alles noch okay. Deswegen hatte ich Ihnen auch gesagt, 12,80 kann man als unterstützende Zone kaufen, aber unterhalb dieses Dreiecks ist nichts mehr Bullisches da. Und die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung ist deutlich größer. Also wenn Ihre Position zu groß ist, weiß ich nicht, was für ein Setup Sie gerade traden. Dann fangen Sie nämlich an, Ihre Meinung zu traden. Hier war es gerechtfertigt, hier war es gerechtfertigt, aber hier ist es dann nicht mehr gerechtfertigt gewesen, etwas auf der bullischen Seite zu traden. Ich habe Ihnen gestern gesagt, vorgestern gesagt, es gibt nichts. Gestern habe ich versucht, das sogar ein bisschen lustiger zu machen, zu sagen, es gibt eine Steigerung von nichts. Wenn es das hier auf der bullischen Seite angeht, ich habe Ihnen gesagt, ja, man könnte sich hier so Keilformationen bei Gold und Silber so im Stunden- und Vierstundenschalt einzeichnen, aber ich zeige es Ihnen erst gar nicht, weil Stochastik, Momentum über den Tag, über die Woche, die Formationen alle nach unten zeigen und die Wahrscheinlichkeit der heberischen Bewegung größer ist. Also, wenn Sie gereizt reagieren, es gibt kein Setup, Sie haben eine zu große Position. Hier ausgestoppt worden zu sein, hätte bedeutet, zweieinhalb Prozent, 200 Prozent für eine normale Position, völlig okay. Wenn man aber eine viel zu große Position reinpackt, dann sind die Verluste so groß, dass man es nicht schafft, zu sagen, okay, ich halte einmal im Stop-Loss fest, sondern man muss dann irgendwie immer wieder diesen Stop weiter gegen sich bewegen. Braucht man nicht. Dann lieber ausgestoppt werden. Erstens. Zweitens. Der Kampf um die 2,40 wird immer noch gefochten. Es ist theoretisch möglich, dass der Markt, zeige ich Ihnen das vielleicht einmal hier über den 4-Stunden-Chart, schauen Sie, es ist theoretisch möglich, dass der Markt hier mit der übergeordneten Unterstützung von 2,40, was gerade ziemlich angedotzt aussieht, dass der hier nicht nur an die 2,53 kommt, sondern vielleicht sogar hier ein bisschen darüber hinaus geht, vielleicht sogar nochmal in Richtung 12,60, 12,70 läuft. Bedeutet aber dann nicht, oh, wir sind wieder im Keil drin, oh ja, jetzt ist das Ding aber total bullisch. Nee. Gut möglich ist, wir machen nochmal die 12,50, dümpeln ein bisschen und machen dann die Fortsetzung. Möglich ist auch, der macht ein bisschen mehr und geht in Richtung 12,70. Ich persönlich präferiere eher hier wirklich 12,50, 12,55 und dann wieder mit dem Potenzial der sofortigen Fortsetzung als eine Art Low-Base-Formation hier in dieser Zone auf der falschen Seite der 2,40 und dann ist das Ziel 12,10 bis 12,100. Kann aber auch sein, dass der hier eine Gegenbewegung macht. Was ich Ihnen sagen will ist, wenn morgen eine weiße Kerze entsteht hier, die hier endet, dann müssen Sie nicht anfangen zu sagen, oh, jetzt ist aber bullisch, jetzt gehe ich rein. Nee, die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder abverkauft wird, ist größer. Als wir hier Silber geshortet haben, der Markt ist ja dann zurückgekommen am Montag, hat diese bullische Bewegung gemacht und genau hier oben kommt eine Mail rein, schreibt mir einer, Hamed, du Idiot, du hast es nicht drauf, jetzt läuft Gold und dann hast du jetzt hier gerade den Markt geshortet und das war die absolute Spitze und dann wird der Markt abverkauft. Ich bin den Leuten nicht mal böse, ich kann verstehen, dann ist irgendwie der emotionale Druck da und dann braucht man irgendwie ein Ventil, wo man diese angestauten Aggressionen rauslassen kann. Deswegen zeige ich Ihnen das nicht. Weswegen ich Ihnen das zeige, ist, wenn morgen jetzt also eine bullische Kerze kommt, versuchen Sie nicht dann zu sagen, oh, siehst du, hätte ich bloß da unten gekauft, jetzt kaufe ich das Ding. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Markt noch nicht fertig ist und noch in Richtung 1210, 1200 laufen will, ist größer. Ob der das jetzt in einem Rutsch macht, ob der nochmal die 1250 testet oder vielleicht noch ein bisschen darüber zurückkommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Hilfreich wäre es, wenn er das nochmal macht und dann dort hier uns etwas anbietet, dann kann man nochmal 50 Dollar oder vielleicht 40 Dollar in Richtung 1210 oder 1200 shaden. Aber Bullish ist hier gerade überhaupt gar nichts. Wenn wir uns Silber anschauen, muss man sagen, Silber nach wie vor schwach. Nach wie vor schwach und auch wenn der heute minus 1,5% macht und auch wenn er jetzt diese Trendlinie per Tagesschlusskurs gerade dabei ist, Bärisch aufzugeben. Ich tue mich schwer, hier noch additiv Bärisch in diesen Markt reinzugehen, weil wir schon so viele Wochen gefallen sind, nämlich neun Wochen. Und die Tatsache, dass der Markt diese bullische Bewegung macht und praktisch ohne ein Pullback zurückkommt und zwar mehr als 100% die Tracement macht in der ersten Bewegung, ist ein Bärisches Zeichen. Ob jetzt der Markt durch diese 18, 20 geht mit diesem langen Schatten. Und deswegen finde ich es auch schwer, hier was Bärisches jetzt noch zu machen. Nicht nur, weil der Markt natürlich sehr Bärisch ist, aber auch überverkauft ist, sondern auch aufgrund dieser langen Schatten, die wir hier haben, finde ich es schwer, hier additiv Bärisch in diesen Markt reinzugehen. Ich glaube jetzt aktuell nicht, dass die Bären die Kraft haben, sofort durch diese 18, 20 zu gehen. Aber ob es jetzt übergeordnet hält und ob wir zurückkommen werden, das weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, und das müssen Sie sich bitte aus edukativer Sicht merken, wenn eine horizontale Unterstützung immer wieder angelaufen wird und immer wieder hält, desto stärker und signifikanter ist sie. Und so paradox es klingt, umso schwächer und umso gefährdeter ist sie auch. Warum? Weil jeder Hans und Franz mittlerweile diese Unterstützung kennt, jeder kleine Hans und Franz versucht dann diese Unterstützung zu kaufen und jeder packt sein Stopp da drunter. Und natürlich versuchen dann die Institutionellen, diese Unterstützungen dann rauszunehmen. Wir machen von der ersten Berührung größeren Bounce, hier einen kleineren Bounce und hier machen wir so ein klitschko kleines bisschen, aber auch wieder einen kleineren Bounce. Das muss man ganz offen, so wie es Sie sehen und auch machen. Erstens. Zweitens. Leute, wenn der Markt durch die 18, 20 geht, wenn er durch die 18 geht, dann kommen wieder die Gurus und sagen, das ist eine Bärenfalle, das ist eine Bärenfalle, das muss man kaufen. Und dann kann es tatsächlich mal sein, dass es einmal nicht dazu kommt, dass der Markt eine Fortsetzung macht, sondern dass der Markt zurückkommt. Das führt dann dazu, das ist ja das Schlimme am Trading, dass der Kleinanleger sich merkt, ah, wenn eine Unterstützung bricht, muss ich sie kaufen. Genau das Gleiche haben die Gurus ihnen und uns das auch erzählt, als sie 26,50 gefallen ist. Das ist eine Bärenfalle. Das ist gar nicht möglich, das Silber fällt. Das muss man jetzt kaufen. Es war nämlich hier gekauft worden, hier gekauft worden, hier gekauft worden und schauen Sie sich mal an, was hier passiert ist. Es war ein, wie heißt es so schön, Crash and Burn, sagen glaube ich die Amerikaner, ein unglaublich hässlicher Ausverkauf. Was ich Ihnen damit also sagen will, ist, wenn die 18 Dollar bärisch aufgegeben werden sollte und wenn er bärisch aufgegeben werden sollte, wäre es hilfreich, wenn er hier mal ein paar Wochen liegen bliebe. Versuchen Sie nicht, dann zu sagen, haha, ich bin aber klüger als alle anderen und jetzt kaufe ich das Ding unterhalb der 18 Dollar Marke. Nee. Dann lieber den verkaufen und wieder ausgestoppt werden mit dem Wissen, wenn solche wichtigen horizontalen Unterstützungen brechen, habe ich solche Potenziale. Darauf kommt es nämlich an. Wenn solche horizontalen Unterstützungen brechen, habe ich richtig Potenzial. Ob es dann, naja, 15 Dollar ist oder was auch immer, ist egal. Versuchen Sie dann also bitte nicht unterhalb dieser Zone Hero Trading zu machen. Bei Silber, auch hier muss man sagen, ich habe es Ihnen ja wie gesagt gestern erst gar nicht gezeigt. Über den 4 Stunden Chart, schauen Sie, man hätte hier ja auch einen bullischen Keil einzeichnen können. Hätte sagen können, hier ist ein Bull Keil und der Markt hat Potenzial und so weiter und so fort. Jetzt kann ich mir auch hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt ein Fake und der Markt kommt jetzt wieder zurück und läuft. Was soll das? Alle Zeiteinheiten zeigen nach unten. Stunde, 4 Stunden, 6 Stunden, Tag, Woche, Monat. Ach, was weiß ich. So. Versuchen Sie hier bitte nicht ein Bulle zu sein. Bär zu sein ist ausgesprochen schwierig aufgrund des Chancen-Risiko-Verhältnisses und dieses langen Schattens, in diesen, den Sie rein traden würden. Eine Sache noch aus edukativer Sicht. Heute machen wir einen richtig edukativen Tag. Ach, gucken Sie, ich habe es schon vorbereitet gehabt. Palladium. Haben wir hier gekauft. Hier haben wir die erste Position. Mit dem Stop-Loss, ich glaube es war sogar ein Take-Profit, sind wir rausgegangen und hier sind wir, hatten wir ein Stop-Loss platziert gehabt und zwar ziemlich genau hier in diesen Schatten sind wir ausgestoppt worden. Wir hatten, glaube ich, den Stop so knapp drunter gelegt gehabt. Da werden wir ausgestoppt und der Markt läuft sogar noch mal weiter. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, dass du nicht bis zum Ende dabei bist. Wir haben immer wieder gesagt, Leute, dieser Markt hat Potenzial in Richtung 1000 zu laufen. Übergeordnet. Wir werden es aber aller voraussicht nach nicht in einer Bewegung sehen. Und das war auch der Grund, warum wir ab hier in der Nähe der 900er Marke, in der Nähe des Allzeithochs hier über die Woche angefangen haben, unser Stop enger anzupassen. Und auch als er durchgegangen ist, haben wir gesagt, Leute, nach so vielen Wochen, nach so einer Bewegung und auch mit dem Wissen, dass zuletzt in diesen bärischen Bewegungen, hier war es ja schon mal, da war es das zweite Mal, hier war es das dritte Mal, mehr Volumen auf der bärischen Seite gab, wollen wir nicht Bullen sein. Jetzt ist es ganz einfach. Entweder ergibt mir ein Cluster an Unterstützung, sehe ich, ehrlich gesagt, gerade nur im Bereich von 800 bis 810. 200 Tage in der psychologischen Marke über die Woche. Es ist auch eine horizontale Marke, kann ich Ihnen zeigen, ist auch hier in diesem Chart gerade drin. Da war es Widerstand, da wurde es Unterstützung. Das ist aber noch eine ganze Weile. Also das sind ja mindestens 4%, die der hier noch machen muss. Wenn der hier am Cluster was zeigt, dann interessiert mich das. Ansonsten klare Formation, genauso wie der hier eine klare Formation bilden musste. Der größte Fehler, den Sie jetzt machen, ist zu sagen, oh Mann, ich habe das hier jetzt verpasst, jetzt muss ich irgendwie mit dem Kopf durch die Wand hier eine bullische Position kriegen. Dann werden Sie dann auf der Unterseite ausgestoppt, sind total emotionalisiert und der Markt fängt dann an, in Ihre Richtung zu laufen. Bleiben Sie cool, lassen Sie sich Zeit. Der Markt gibt uns eine Formation und dann handeln wir diese Formation. Apropos, heute gebe ich alles. Airbob Gasoline, erinnert sich noch jemand, da habe ich gesagt, Mensch, tolle bullische Kerze und wenn der hier durchgehen würde, würden wir es trotzdem nicht traden, weil die 200 Tage Linie auf dem Weg ist. Was macht er? Der macht jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage tieferes Tief. Schauen Sie sich das an, der geht sogar hier durch diese horizontale Unterstützung und wir würden das nicht traden. Wissen Sie warum? Weil der einfach in einem durchgeht. Ich müsste meinen Stop da oben hin platzieren. Was ist das für ein Chancen-Risiko-Verhältnis? Ich kann den auch hier hin platzieren und sagen, der wird schon nicht wiederkommen. Was weiß ich, der kann hier 3 Tage seitwärts laufen und lange Schatten machen und dann diese Bewegung nach unten fortsetzen. Warum soll ich das hier traden? Wenn Sie glauben, dass ein Trader die ganze Zeit, oh, gebrochen, Shorten, oh, nach oben weggebrochen, Long, nein. Viel häufiger ist, oh, gebrochen, kein CFR. Oh, gebrochen, 200 Tage Linie. Oh, Bullish aufgelöst worden, ich kann da nicht. Oh, das ist das und was passiert, ich bin nicht dabei. Das ist viel häufiger. Viel, viel häufiger als es so, dass man die Hände wieder in die Tasche steckt und sagt, Mann, das reizt mich aber heute nicht. Vielleicht ein andermal. In diesem Sinne, bleiben Sie cool, bleiben Sie zurückhaltend, versuchen Sie hier nicht, gerade in diesem bärischen Markt mit Volumen, mit Positionen etwas auf der bullischen Seite zu machen. Wenn man ein Setup hat, dann tradet man. Das macht man mit einer vernünftigen Positionsgröße und denken Sie daran, Sie traden, wann immer Sie traden mit einem Stop Loss. Für heute habe ich definitiv, nee, noch nicht definitiv alles gesagt. Ich will Ihnen nämlich noch sagen, dass wir selbstverständlich morgen wieder da sind mit einer Ausgabe zum DAX, zu Einzelwerten, Silvers für Sie da mit einer Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Wir haben die Forexes für Sie noch zum Wochenausklang und selbstverständlich sind wir am Wochenende wieder für Sie da mit einer neuen Rohstoff-Wochenend-Ausgabe. Da sind Sie ganz herzlich eingeladen. Jetzt habe ich aber wirklich genug geredet und will Ihnen nur noch sagen, mein Name ist Hamedes Nashari und ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstätern doch bitte gewogen.